Eine Detail zur Apple Watch mit LTE. Alex hat jetzt auch so ein Gerät. Ja, 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 ich bin ganz glücklich. Roter Punkt. Versorgt. Roter Punkt, super. Beste Innovation. Kein LTE in Finnland. LTE, das ist immer hier drin, aber... Erstmalig in Finnland kein LTE. Für Apple Watch erstmalig LTE ausgegangen in Finnland. Ja, kein Partner. Es scheint schwieriger zu sein, als man dann doch... Keine Ahnung, an wem das scheiterte, aber das hatten wir schon zur Vorstellung gesagt, dass diese Auswahl an Ländern und an Mobilfunkpartnern, die da mitspielen müssen, begrenzt ist. Und ja, Finnland ist definitiv nicht dabei. Und kein Roaming. Das heißt... Und kein Roaming obendrein, ja. Selbst wenn du jetzt eine deutsche E-SIM hättest... Von der Telekom? Ja. Es gibt ja nur die von der Telekom, die besten. Genau, genau. Dann würde das in Finnland nicht roamen. Also du kannst jetzt für dich... Was sagt die Watch jetzt? Sag so, ich hab keine SIM, weil... Nein, also der Watch muss zum Prinzip nichts sagen. Die geht erstmal davon aus, dass du keine SIM hast. Also du kannst über die Watch App dann irgendwie eine einlegen, aber die beschwert sich jetzt nicht. Oder sagt jetzt irgendwie, hat diesen lustigen Pop-Up-Dialog bitte keine SIM-Karte ist eingelegt. Also dieses iPhone immer noch hat. Diesen nervigen Pop-Up-Dialog. Also die Watch verhält sich wie die Watch. und sie ist im WLAN und sie ist über das iPhone dann irgendwie auch online. Du hast halt nur nicht diese Option, dass du... Naja. Also ich kann LTE nicht ausprobieren. Dieses, was passiert, wenn ich aus dem Haus gehe und das iPhone nicht dabei habe und sie auch in keinem bekannten WLAN steckt. Und das andere Ding mit der LTE-Watch ist auch noch, man muss wohl als Entwickler relativ viel Arbeit reinstecken, wenn man möchte, dass die Watch App von alleine funktioniert, ohne dass ein iPhone in der Nähe ist. Und da geht es halt weniger darum, ob jetzt Netz da ist oder nicht, sondern ob die App auf der Watch mit ihrer Mutter-App auf dem iPhone sprechen kann oder nicht. Das heißt, du musst möglicherweise Logik, die halt vorher in der iPhone-App lag, musst du jetzt in die Watch rüberbringen und halt diese Logik dann so umverdrahten, dass die auch von alleine mit dem Netzwerk sprechen kann. Und nicht bei der iPhone-App fragt du übrigens, was ist denn hier irgendwie der neueste, heißeste Trending-Hashtag oder was du halt haben möchtest? Ja, das ist halt schon echt eine... Das ist halt schon eine relative Umkehr so von wie die Watch gestartet ist. Also das ist eine schwierige Situation, weil Apps auf der Uhr sind nicht so populär geworden, wie sie auf dem iPhone sind. Und was auch in den Entwicklern... Das ist die Untertreibung des Jahres. Aber das machst du das Statement nicht falsch. Nee, nee, das ist völlig richtig. Es ist nur ein bisschen untertreibend. Und du musst dich zusätzlich halt in den drei Jahren, also dreimal komplett eigentlich umkrempeln, so was diese Geschichte angeht. Also du musst es schon echt aktiv entwickeln als Entwickler für eine Watch-App. Ich kann allerdings berichten, dass ich jetzt diese zwei, drei Tage verwendet habe und die Geschwindigkeit... Ich kam jetzt von der Ur-Apple-Watch und ich habe die zweite Generation ausgelassen. Der Speed ist unglaublich. Also wirklich... So hätte man sich natürlich irgendwie jetzt rückblickend gewünscht, dass die Uhr natürlich gestartet wäre. Das natürlich unmöglich ist, aber... Also die hat jetzt einen Punkt erreicht, wo man wirklich sagen muss, irgendwie so es... Es flutscht einfach so. An jeder Ecke siehst du irgendwie, dass dieser Geschwindigkeitszuwachs, der jetzt echt ja nochmal enorm ist, auch selbst gegenüber der Series 2, der ist schon der Wahnsinn. Also das bin ich so nicht gewöhnt. Ich bin da jetzt vielleicht natürlich das beste Beispiel, weil ich, wie gesagt, nicht die 2er-Serie hatte, aber die 3er ist einfach... Also du hast keinerlei Zucken und Stolpern, was in der 1er durchaus... Also in der ersten Generation durchaus der Fall war. Und ich meine, ich muss ihn zugute halten. Ich meine, WatchOS 4 läuft immer noch auf der ersten Uhr. Aber die, so von der Geschwindigkeit, ist der Wahnsinn. Also das ist echt mal lustig. Also sowas zu erleben, so wie das Scrollen geht, wie das Starten von ab geht, wie responsiv dann... Das ist sozusagen der S-Zug, auf dem du gerade bist. Dass du jedes zweite Modell mitnimmst und dann unglaubliche Geschwindigkeit erlebst. Ja, vergleiche es schwierig, aber es ist mehr als irgendwie nur gefühlt. Und also es ist wirklich sichtbar so, dass du... Das ist einfach... Das läuft einfach, ohne auch die Einbußen bei der Batterie beispielsweise zu haben. Also die... Das ist schon gut. Und nicht alle Features von... Aber es ist auch so, dass nicht alle Features von WatchOS 4 auf der ersten Generation Hardware laufen. Da waren irgendwelche Einschränkungen so mit... Wann kann sie Puls messen und sowas, ne? Ja, es gibt so ein paar... Ein paar Kleinigkeiten, die so halb rausfallen. Es ist ein bisschen verworren, weil manche Sachen sind dann doch noch irgendwo, zum Beispiel in der Health-App zu finden. Andere Sachen, was so den Ruhepuls angeht, da ist zumindest in der... Über die WatchOS-Oberfläche selbst da relativ wenig aus der ersten Generation rauszubekommen. Und natürlich hat die erste Generation inzwischen auch ein paar andere Einschränkungen, auch was jetzt... Was zum Beispiel Bluetooth... Also die direkte Bluetooth-Anbindung an Geräte angeht, die ist natürlich auch... Die setzt auch mindestens Series 2 voraus. Und solche Sachen... Also natürlich ist inzwischen... Ist die erste Generation, auch wenn WatchOS 4 noch darauf läuft, hat ein paar Sachen, die einfach nicht mehr jetzt mitkommen. Hardware-mäßig und software-mäßig. Und ja, ich denke auch... Also ich meine, auch Apple Music wird sich wahrscheinlich auf der ersten Generation nicht groß... Also überhaupt der neue... Die neue Musik-App natürlich selbst ist schon da, aber alles, was jetzt Streaming und Apple Music angeht, weiß nicht, ob das auf der ersten Generation groß laufen wird. Weiß man was zu Streaming ohne LTE? Also war doch die Frage, so geht's auch mit dem Wi-Fi alleine? Ich weiß es nicht. Ich weiß für Alex vielleicht... Nee, also ich hab auch noch nichts gesehen. Apple selbst sagt einfach nur, dass diese App irgendwie jetzt im Laufe der nächsten Zeit kommt. Aber hat sie wieder gezeigt noch. Ich meine, die aktuelle Watch macht halt so Späße, dass sie halt neue Playlisten für dich halt automatisch auch runterlädt. Ähm, damit du halt nicht irgendwie die dritte Woche im Fitnessstudio irgendwie vor der gleichen Playlist irgendwie stehst, sondern das machen sie automatisiert und sowas. Und das wird wahrscheinlich auch nicht die erste machen. Aber zur Musik-App selbst haben sie jetzt nichts weiter gesagt. Ja. Aber so, also starten von Apps oder das Scrollen, weißt du, durch die Liste von Apps, die du aufgerufen hast, so die Eingabe von den Passwörtern, also von diesem vierstelligen Passwort beispielsweise, die zuckt manchmal so in der ersten Generation. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das ist schon... Also es lohnt sich schon da. Wenn man denn die Uhr regelmäßig trägt und daran Spaß hat, dann ist das schon... Für mich war das überfällig, muss ich sagen. Also Spaß kann man auf jeden Fall mit der LTE-Watch haben. Vor allem bei der Telekom. Weil sie haben ja so... Dieses E-SIM ist ja, glaube ich, jetzt ein massiver Beta-Test. Und vielleicht machen auch deswegen die anderen Carrier noch nicht mit, weil das halt Arbeit ist und das kann schiefgehen, das erzeugt Servicekosten und so weiter. Und sie hatten ja am ersten Wochenende aus Versehen die E-SIM-Hotline zugemacht, wo die Leute mit ihren frisch gekauften Watches dastanden und E-SIM-Profile haben wollten, beziehungsweise diesen QR-Code, der dann vom iPhone gescannt wird und dann wird die E-SIM provisioniert. Und wir hatten auch geschaut, dass der Provider ist, der Dienstleister, der das macht, das hatten wir gesagt, Obertour ist nicht richtig, heißt Obertür, ist eine französische Bude, aber sie haben das gegründet von Herrn Obertür mit Ü, irgendwann 1850, der war Geldscheindrucker. So nach Frankreich, dann haben sie gesagt, nee, wir lassen das Ü weg, weil es hört sich bei uns gleich an. Okay. Ist also Obertür. Und bei der Telekom sind irgendwie gestern, vorgestern die QR-Codes ausgegangen, ausverkauft. Sie hatten nicht genug bestellt. Man möchte ja meinen, das ist einfach nur ein Datenbank-Eintrag, der dann diese, und in dem QR-Code steht auch nichts irgendwie an irgendeinem Mords-Crypto drin, das ist einfach eine Nummer steht da drin. Ja, eine Juju-ID oder sowas steht da drin. Und die sind halt jetzt aus. Na gut, kann mal probieren, kann passieren, Donnerstag waren sie aus. Wie lange dauert es, bis die neuen geliefert werden? Na? Montag. Ja. Ja, ich weiß nicht, das ist schon komisch. Ey, da sitzt doch jemand jetzt da und schiebt Faxe durch die Maschine, oder? Ja, da kann es so schön von ausgehen. Das ist wirklich albern. Ich finde es fantastisch lustig. Es macht jetzt wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied, wenn man halt wieder, wenn man jetzt die Watch sich neu gekauft hat, irgendwie ein paar Tage mehr warten muss. Aber es ist schon, das ist schon was Neues, auch für die Telekom so ein E-SIM-Dings zu bauen. Und dazu kommt noch, diese QR-Codes, die sie jetzt rausgegeben haben, die sind Single-Use. Die kannst du einmal verwenden und dann sind sie verbraucht. Das heißt, auch wenn du jetzt deine Watch zurücksetzt oder du hast irgendwie ein Update oder du verkaufst sie oder was auch immer, brauchst du jedes Mal einen neuen QR-Code. Und da sagen sie ja, das regeln wir. Irgendwann sind die wiederverwendbar. Aber auch, bevor wir halt dran denken können, oder? Telekom-Website sagt übrigens in der FAQ zur E-SIM, jetzt auch mit Netflix auf entertain.tv. Wichtige Information dazu. Netflix hat die Preise übrigens auch. Die Preise was? Netflix-Preise, ein Euro hoch. Oh, Netflix will mehr Geld, ja. Schlimm. Also, nicht schlimm, weil es ist so gut, dass sie quasi fast jeden Preis nehmen könnten, den sie wollten, oder? Das ist so. Ja, weiß nicht. Kann man sich ja gut abschätzen, wie sehr man, wie sehr einen Netflix gefangen hält. Also, es gibt genug, glaube ich, was man da schauen kann. Aber es gibt auch immer wieder Punkte, bei denen ich ankomme, wo ich sage, ach, ich kann Netflix durchaus mal wieder für ein paar Monate abbestellen, ohne da allzu viel zu verpassen. Ich meine, sie kippen im Moment sehr viel rein und durchaus einiges Sehenswertes darunter. Also, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich so, ob man wirklich so, ja, wirklich rund ums Jahr zwingend Netflix abonnieren muss, bin ich mir nicht so sicher. Ja, aber der, der ... Muss man nicht. Man kann ja eine Pause machen und wenn dann frisch was kommt, was man unbedingt sehen möchte, wieder anfangen oder sowas. Ja, zum Beispiel. Also, ich hatte jetzt auch eine kleine Pause drin durch so einen billigen Blödsinn, den ich da verbockt habe, beziehungsweise was halt nicht mehr funktioniert hat von alleine. Und das hat sich dann abgeschaltet. Und was in der UI komisch ist, wenn du wegen Nichtbezahlung abgelaufenes Abo nochmal neu klicken möchtest, gehst du auf dem iPhone in deinen iTunes-Account und suchst dir dort das Abo raus. und dann steht da drin, dein aktives Abo heißt, wie auch immer das heißt, Netflix Two Screens oder sowas. Und dann kannst du dort nicht klicken. Du musst dann unten in der Liste klicken. Okay. Das habe ich erstmal auch, hat zwei Sekunden gedauert, aber es war nicht direkt sichtbar, was das iPhone jetzt da von mir wollte. Und dann aktiviert sich es wieder und Netflix hat das auch auf die Reihe bekommen, sich dann nicht irgendwie zu beschweren und auf dem Gerät, auf dem Apple TV nochmal nach dem Passwort zu fragen, sondern das war dann da drin, das hat er kapiert. Das hat Apple enorm verbessert mit iOS 11, dass eben der Apple-Server jetzt bei Netflix Bescheid sagt, du, der hat wieder bezahlt, schalt ihn frei. Okay. Das geht jetzt einfacher als vorher. Oh, das ist ganz cool. Ja. Ja.